Hallo, ich bin zurück mit einem neuen Video. Heute aus Sonnsten, denke ich, von Sonnsten meh. Und heute fahren ich ab Ortegan an der Balch für die 15 Meter zu laufen. Ich habe schon alles zusammengepackt, ein großes Posch, weil heute Morgen geht der Flieger auf Montenegro. Für die Spieler von einer kleinen Lange. Das war mein ganz Dürfen für den Tag, mein Rucksack. Und gerade schaue ich nach Götzis, das ich merken habe für ein Meeting. Der Cedric Dubla, der möchte auch YouTube-Videos machen, der in Australien ein richtig cooles Video nehmen möchte. Den hält gerade du dir. Und das habe ich noch besser verfolgt. Du musst mich auch da weh machen, für Bund zu hören. Für dann mit einer Kaminat, mit anderen Leuten nachzuzummen, auf Ortegan zu fahren. Ich spaziere mich im Strasse-Lograd, weil ich Brunen muss krähen. Und weil ich nicht ruhig durchschuhen. Und weil ich nicht ruhig durchschuhen, dass der Sonnstensatz für die 15 Woche. Du wensst Helenein kurz erklären. Ich fahre hier beim ASV auf Ortegan, in der Balch, in ein bisschen nach Breissel. Und dann kommen die anderen aus meiner Lütze-Bäische Gruppe auch dorthin. Da haben wir mit denen von uns dann heben. Und mit dem Morgen, um Ardauer, geht dann der Balch auf Montenegro. Für die Späler von der kleinen Lerner. Und das werde ich auch alles filmen. Und auch später hin, kann ich mir genau erklären, wie das Lauf und die Sonne laufen und so weiter. So, sind doch schon aus dem Atem. Von dem Tropfen habe ich so viel dabei. Und auch schwarzen muss. Ja, bei den ASV und das eh schönen Dachhaut. So, jetzt sind wir aufkommen. Das ist halber 6. Das hat heute mega geränt. Melo geht es am Fond, das ist schön warm. Und jetzt essen wir mal noch etwas. Und dann wird es noch weiter warten. Läggen. Wir brauchen jetzt für die Säte. Hier sind wir die Säte. Diese sind dort acht, die Säte aus dem Päste. Das ist die Säte. Ich bin sicher. Wir brauchen auch noch ein paar Reise. Wir brauchen das ganze wissen. Wir brauchen das Alte. Ja, wir brauchen das Alte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Spannere Klänge in Race Recap von gestern. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.